hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von miss created und wie immer noch ist der gleiche typ immer noch da ja ist ja ja und zwar nicht wundern dass wir jetzt auf einmal weniger sachen haben diesen anderen server gejoint von miss created ja der andere server hat uns ja abgefuckt weil ja die nachtzeiten da sind ja genau wir spielen wir spielen ziemlich spät abends und ja die nachtzeiten die nerven übel wir wollen euch nicht hier so ein spiel repräsentieren was die ganze zeit dunkel ist echt so kein bock auf 20 folgen lang nachts auf jeden du wollen wir dir erst mal den backpack den backpack holen kann sein dass ich gar nicht so weit könnten könnte auch sein dass das schon weg gespawnt ist oder wollen wir mal hingehen das ja vorne einfach über die brücke und dann glaube ich müssen wir schon fast da sein okay ja da war ich vorhin habe geguckt so auch ich sehe gerade oh scheiße meine maske die back durch mein hut durch recht ja das finde ich nicht schön ich brauche was anderes ich bringe mal runter mach mal körpern tief genug ist es ja ja ich hoffe in der aufnahme können wir auch mal was so wettermäßiges zeigen weißt du was du machen so ein tornado oder was oh ja auch mir wird schon gewitter reichen ich erlebe immer meistens nur sonne da ist immer so mal aber am besten wäre ich schon so nachts gewitter oder so welcher ist es war schon mal dass nicht ab ihr fehlt auch mal da haben wir voll die buben gebaut hatten wir gehabt die tankstelle der meinst du ja die tankstelle genau boah ich hätte gerade mega füßt mehr das hatte ich eben auch ich glaube weil die karte lädt naja ich glaube das spiel hat halt noch seine bugs aber scheiß drauf ich hoffe die da sind alle petten gegangen da an der großen festung weil die sieht sehr groß aus die festung mindestens von drei leuten gebaut oder so im hinterzimmer johnny da musst du mal gucken fließt schon wieder bei mir auch war das denn hinten rechts oder was warte mal ich glaube sogar hier wait a minute ist dass du und heiße der ist weg der ist weg man habe ich dir auch gesagt der ist wirklich weg gespawnt und dieses scheiß öl liegt hier noch aber hier ist ein helm motorcycle hält mehr bräuchten nicht und das ist auch mutter sein oder hier war oder hier war ein mensch und hat sich den geholt glaube ich mal ich hab jetzt irgendwas gefunden was ist das denn ein screech was ist das genau was so ein teil ist aber hier war das ist ein scheibenwischer entscheiden wir schon ich hab ich gefunden gerade das reicht sonst ist hier nichts alter naja lass mal wieder zurückgehen zur stadt da wenigstens etwas gefunden oder ja bis hinter mir ich komme ich komme ich komme nach ich mir auch schon die tigende gebraucht wie viel er ist wie sie sie wie sie das bildetaut na oben kommen die vier ich hoffe so kann aber so kann man so mit äh Kleinhäusern, ne? Ja. So, das glaub ich schon. Oh, 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 ich müsste was essen. Ja, schon. Ich hab gar kein Trinken. Ich seh ich gerade. Ich würde schon mal zinten. Irgendwie, wenn ich alt gedrückt halte, zum Drehen, ne? Dann fließt es manchmal bei mir. Okay. Die vierte Folge ist das eigentlich schon? Die vierte, ne? Ja, vierte. Ich hab zum ersten Mal einen Revolver in der Hand. Ist der gut? Was meinst du? Ganz schön. Ich glaub, war ein Head-Head auf jeden Fall. Aber vorhin hab ich ein Zombie gehabt, ne? Ja. Musste ich zweimal ein Head reinschießen, bis er um den Kipp. Okay. Vielleicht, ja. Oder ist hab ich noch. Kann sein, dass das Spiel eine andere Auswirkung hat. Ja, ja, stimmt. Vielleicht sind die ja nicht so doll, ne? Ja. Je nachdem, was die für ein, für ein, für ein, ähm, Kopfbedeckung tragen bestimmt. Genau. Wollen wir wieder so machen? Du rechts, dich links? Oder andersrum? Ja, ich geh rechts. So. Hier ist ein Monster. Oh, oh. Hier ist ein Monster, jo. Wo ist er? Oh, geh bei mir. Oh, er kommt zu dir. Warte, ich helf dir. Warte mal. So, ich hab, ich hab kein Knife. Wo ist mein Knife hin? Zwei. Ist da an. Geil. Ich wollte mein Knife ziehen und es geht nicht. Jetzt erst. Er ist zu spät. Ja, der hat nix. Sorry, Johnny. Ich wollte dir helfen. Ja, ja. So, mal gucken. Bei mir ist im ersten Haus schon mal unten nix. Boah, hier ist auch nix. Nix. Auch nix. Alles leer. Doch, hier hinten ist was. Einmal Thunfisch. Und einmal Whisky Mini Bottle. Ich hab Bier getrunken. Äh, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dieses Bier zu trinken. Aber ich hoffe, dass es eigentlich auch immer gut leer ist. Das hat mir bis 96 schon gemacht, zu trinken. So. Oh, Combat Black Boots. Die nehm ich mal mit. Die sehen besser aus. Combat hört sich immer gut an, oder? Ja. Das. 22er Raum. Ähm. Geil. Zehn Stück. Okay, die können da nicht rein. Okay, keine Ahnung. Oh, ich hab ein... Komm mal in mein Haus. In das erste. Rechts auf der... In der ersten Etage ist ein Slowpack, Pascal. Okay. In einem Raum. In dem... Schlafzimmer. Du. In der Ecke. Zweite Etage? Ja. Ich hab noch ein Police-Baten. Möchtest du den lieber haben? Eigentlich ist deine Headshot ja auch ganz gut, ne? Ja. Schlafzimmer wo hinten? Äh, da wo so ein Bett steht, ohne Matratze. Aber warte, ich komm mal mit. Da, ich hab ihn. Hast du ihn? Ja. Von? Ja. Sehr gut. Mein, Hauptsache du hast einen Rucksack. Ja. Weil ohne Rucksack geht gar nichts. Nee. Aber ich sag mal, unsere Rucksäcke sind ziemlich scheiße, oder? Ja, ja. Das sind Kacke. Wissen wir so einer wie du in der letzten Folge hattest. Ja. Auf jeden. Das. Die Hand des Bandana. Das ist besser aus. So. Mal halt erstmal noch das. Green Trap. Die Camo Jeans wär immer geil, nicht? Hatte ich eben gehabt, bin ich aber verregt. Verregt. Okay, Kalle, ich hab ne Map. Nice. Gut. Ich muss aber was wegschmeißen, glaub ich. Geht gar nicht hier, gerade. Der Slowpack ist wirklich nicht das, was man braucht. Oh Gott, man kann das doch kaum lesen. Wie soll ich denn die Map lesen? Muss F1 drücken. Map ist... F1? Ja. Ja, geht trotzdem nicht, Alter. Ich kann die nicht lesen. Alter, bin ich blind? Ich hoffe, die Zuschauer sehen, dass man das kaum lesen kann. Ich bin blind. Schade, dass wenn man Banishes aufnimmt und so, dass er das nicht automatisch steckt. Naja. Man muss immer noch manuell betwittigen. Ist halt Thomas, hat immer Schwierigkeiten, Karten zu lesen. Ja, ne? Bin ich so der Kartenleser. Ne. Outback hat. Waterbottel. Ja, die brauche ich mal. Ist da was drinne? Cannot be refilled with here. Okay. Anish. Ich brauche keine zweite. Was ist das denn? Get Black Duffelback. Das. So ein Backpack. Oh, ein großer. Großer, großer, du. So ein großer. Setz ihn mal auf. Jo. So ein dickes Seil. Ach, so ein dickes Ding. Ja. Ja. Das ist nice. Oh, springt er doch rüber, Mensch. Ah. Ich komme hier nicht über die Zäune rüber. Die sind einfach zu hoch. Ich gehe weiter durch die andere Straße lang, ne? Ja, ich bin auch rübergegangen. Bleib da aber trotzdem auf der rechten Seite dann. Ja, ich bin auf der linken. Dies. Das da. Mal gönnen. Den will ich mir auch gönnen. Einfach zu viel fressen. Hm. Was ist das? Deal-to-Buds. Aha. Die sehen aus wie... Hair-Brown-Steal-Pood-Contraction-Buds. Okay. Oh, eine Axt. Okay. Ich möchte die mit, was? Axt, cutting wood and skulls. Skulls. Sind das nicht Köpfe? Ja. Totenköpfe oder sowas. Ja, ja. Kädel, ne? Ja. Das steht nämlich gerade, um... Köpfe und Wood zu schlagen, steht da. Okay. Ich bin gespannt, ob wir noch jemanden treffen hier, den kleinen Ölchen. Ich glaube, wir sind ja auf... Wir sind ja jetzt auf einem polnischen. Ja. Ja, auf einem deutschen. Das heißt, wir werden... ...auch keine friendly Leute mehr treffen, bestimmt. Vorhin wollte einer eine Sprite von mir haben. Wollte ich ihm eine Plätsi anbieten und die wollte er nicht haben. So komisch. Komische Leute. Ich habe so ein Sägeblatt gefunden, können wir eh nicht gebrauchen, ne? Ich denke nicht, ne. Aber ich weiß auch nicht, was man damit craften kann, so. Hier unten ist meistens gar nichts. Voll komisch. Hier etwas. So. Auch nichts. Oh, das Haus hier ist verdächtig leer. Okay. Waterbottle. 29er Rounds. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Pistole finden mit 22er Rounds. Ich habe 22 Schüsse dafür. Okay. Aber auch... Oh, ich habe zu viel Essen, ne? Die war nur Bullshit, ey. Hier, was geht hier? Was geht hier? Was geht hier? Ich bin mal jetzt rübergegangen, über die Straße. Hier ist gerade ein anderes Haus. Ja. Hast du dich doll verändert vom Aussehen her? Nicht, dass du mich erschrecke. Nein, nein. Oh, alles leer hier, Mann. Oh, hier. Hit Wonder Pants. Habe ich jetzt irgendwas weggeschmissen? Hör auf, eben. Was denn? Ich hätte fast alle meine Sachen weggeschmissen. Ja? Ja, ja. So, weil ich meine Pants gerade wechseln wollte. Okay. Die eine ist jetzt so eingeschissen, aber es weißt. Wollte ich unbedingt wechseln. So, besser. Was man aber hier viel findet, finde ich, so diese Bandages. Doch, die findet man öfters. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wollen wir uns nachher einfach irgendwo wieder treffen? Ja. In der Kirche oder so? Ich hoffe nur, ich gehe nicht in die Häuser, wo du reingegangen bist. Ja, nö, ich bin immer auf der rechten Straßenseite orientiert. Weiß ja nicht, wie du das machst. Oh, ich habe gerade Kreuz- und Querscheiße gemacht. Oh. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Da sahen sie blöden Verbarrikadier. So. Oh, hier ist der Tisch umgeflogen und so. Und krass. Hier ist noch ein Survival-Knight. Ich sehe mich jetzt aber immer nicht. Nix. Krass, ne. Mk22 gefunden. Was ist das? Oh, lag das Sawblade so in so einem Regal? Ja. Oh, scheiße. Okay, den bin ich wirklich bei dir in so einem Dings reingegangen. So eine Dreckspistole gefunden. Ähm. Wir müssen denn nachher mal gucken, welche Dings. Welche Pistole, ne? Die hat die Munition MK3, also da so drei Striche, Punkt 22. Äh, ich habe 22er Rounds. Okay. Ähm. Könnte das passen? Was meinst? Könnte. Könnte, ne? Müsst du gleich mal gucken. Desert Bandana. Das gleiche, was ich jetzt habe. Anders Bandana. Ja, lol. Wo ist der Unterschied? Der Hinn, ey. Einfach mein. Ich habe diese. Ersetzt Bandanas. Weißt du, was ich mal finden möchte? Mit dem? So einen richtigen Armeehelm. Ja. Da ist schon mal Bock drauf. So richtig armeetechnisch mit Armeeweste und so weiter und so fort. Diese Dings mag ich ja nicht, diese Motorradhelme. Oh Gott, Huntingknives. Ne, ne? Die magst du echt nicht. Die nimmst du nie. Ich bin jetzt von mir aus auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob du diese Däuse hier schon genommen hast. Ne, wenn ich hier hingegangen bin, ist meine rechte Seite gewesen. Da war auch nix. Doch da unten ist was. Whisky Mini Bottle. Ne, danke. Deine Schuhe. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns mal Affield hintrauen, was? Ja. Aber erst brauchen wir Schusswaffen. Ja, wir haben ja jetzt eine Schusswaffe los. Wir brauchen dann beide und dann auch noch genug Schuss, ne? Um jemanden zu killen. Mhm. Ich weiß nicht, bei mir, ich bin auch nicht der Triss-sicherste, sag ich mal. Das sag ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob bei mir vier Schuss reichen. Darf ich nicht. Ich kenn mich ja, ich spray auch gerne mal. Nachher verschieße ich da meine vier Kugeln und der steht immer noch vor mir und hopp ich mir. Das ist ja so. Könnte gut möglich sein. Oh, endlich, Alter. Ein Kühlschrank voller Joster. So muss das sein. Obwohl ich wirklich zu viel Platz habe. Wenig eher. Viel zu wenig. Meinst du, die spawnen in regelmäßigen Abständen oder einfach random? Könnte sein. Ich weiß nicht, ob wir in gewisser Zeit, dass sie ja neu spawnen, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Da hinten. Hunter's Glove. Sieht doch eigentlich viel nicer aus. Ja. Bis. Aber wir hatten Glück, dass wir diesen Summer Sale bei Steam hatten, ne? Ja. Ja, und sonst hätt ich mir das Spiel auch nicht gekauft. Ich hab's dir auf hingewiesen, ne? Ja. Meintest du, es ist cool und so? Dann hab ich mir gedacht, jo, kaufe ich schmuck. Ach, kein Fehlkauf. Nee. Naja, man sagt ja auch nicht so auf Steam, ja, ich kaufe mir jetzt einfach ein Spiel. Der sagte sich das schon, so. Bissens so eine Neureichung oder so. Nicht dazu, ganz ehrlich. Hm. Ich hab mal anderes T-Shirt jetzt an. Sieht aber auch scheiße aus. Okay. Ich hab Hundefutter, lecker. Diese 2-Wenn-Nives liegen ja auch überall rum, ne? Alles voll, ne? Wenn es so oft hier rumliegt, dann ist es scheiße. Ja. Ich hab's, äh, gewechselt gegen ne Axt. Ja. Brauch kein so, weil, ne, ich dachte, ich mir weil zu oft, weil zu oft rumliegt. Aber irgendwie find ich nichts mehr Dickes. Es gibt ja eigentlich auch noch, ähm, ne, 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 ne. Ne Gegend, wo nicht mehr so solche Häuser stehen? Das weiß ich nicht. Kein Plan. Ich gehe mir bei Sultan gar nicht aus, wir waren ja mehr bei, wie hieß es? Pinecrest. Pinecrest, genau. Manage. Habst. Plattform habe ich gefunden. Ach, eine Plattform? Jetzt bauen, demnächst. Das ist gut. Plattform ist doch der Grund quasi, ne? Ja. Ich gehe gar nicht mehr in solche Garagen rein, ich glaube da gibt es bloß was für Autos. Car-Batteries, Spark-Plugs, Kühl... Nicht? Ja. Da ist immer sowas drin. Da spare ich mir den Geld sogar. So oft wie wir jetzt schon gelootet haben. Hm. Eigentlich schon krass. Oh, das Haus sieht so aus, als wenn ich hier schon mal drinnen war. Irgendwie war ich doch hier auf der Ecke noch gar nicht, oder? So komisch ist das Gefühl. Man denkt man kennt ein Haus, aber man kennt es doch nicht. 20 Minuten haben wir erreicht. Ja. Ja. So. Ja.